Falls jemand nicht weiß, wie man so ein Bild modifizieren kann, ich hab dann paar Beispiele vorbereitet, wie sowas aussehen kann anhand von Sparta, der Film 300. Das ist ja ne schöne Sache, schauen wir mal rein. Hier zum Beispiel Jared Butler, the 40-year-old Spartan. Oder hier, beim Bowling, auch ne schöne Sache. This is Viagra! Es geht aber noch weiter hier. Bitches don't know about Sparta! Aber es geht noch viel besser. This is Maya! This is ABBA! Hier, sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte gerade so Star Wars, ohne Schein. This is Lala! Hier, Raming Raving Rabbids, auch sehr, sehr schöne Sache. All your base are belong to Sparta. Kennt man, das ist ein Klassiker von dem Mega Drive Spiel Zero Wing, heißt das Ganze. This is Koba! This is before, this is after! Finde ich grandios. Kemper! This is Drama Döner! Herrlich, ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen. Do you like my parka? Boris, this is Becca! Schlecht ist das nicht! This is Gangster! This is after! In den Aster! This is the Godfather! Und so weiter und so fort. Da gibt es jede Menge Schönes. Die, die müssen wir noch zeigen! Die, die müssen wir noch zeigen! Liebe Regie! This is Naita! Herrlich! Viele, viele schöne Sachen! Das ist nett! Das ist... Das ist Lombard! Egal! Also, die 300 Sachen kommen ganz gut an. Ich glaube, wir schauen uns noch ein paar an, bevor wir zum Konsolenbereich kommen. Hier zum Beispiel. This is Mamba! Oder Mario Kart! Wo man hier hinten Gerard Butler sieht. This is NASA! Beginn to say, where do we dying tonight? Hell natürlich! The Devil was Prada! This is Prada! Motherfucker! Das ist natürlich aus Pulp Fiction. What is this? Sparta! This is Rada! This is Samba! Herrlich! This is Santa! Ich kann nicht aufhören, ich finde es so gut! Ach, dufte Kuchen. Aber jetzt kommen wir zu etwas anderen, und zwar... This is Consola! Aber jetzt, lieber Colin, ja! This is... Jackie Kina! Im PC-Bereich! Ja! Ja! Ja, Godzilla! Godzilla! Herrlich! Toilet Paper! Toilet Paper! In your assa! Ja! No! 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 Jetzt, wo du dich befreit hast, kann ich dir sagen, müssen wir fliehen. Und wenn wir fliehen und durch die Tür rennen hier, dann schlägt uns etwas entgegen. Und das heißt einfach nur, this is Gens Flasher! Gens Flasher, nicht Werbung. Du hast die alle geschnappt. Und ich schnapp mir jetzt den PC-Bereich, denn da geht's weiter mit Dennis Richthauske! Yeah! This is Richthauske! Yeah! Jawoll! 2-2 den Ausgleich! Er hat den Ausgleich gemacht, wir freuen uns alle mit ihm. Er hat den Ausgleich gemacht, er freut sich wie ein Schnitzel, wenn's blitzt. Herrlich, dieser Colin-Geder. Ich muss jetzt auch abdüsen, ich wünschte, ich hätte einen Kran, der mich mitnehmen kann, aber ich nehme einfach mal den Joystick. Mit dem Kabel. Und nehm den ganz... Du bringst alles durcheinander! Lass den Joystick los! Ah! 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 Ich werde sie jetzt kontrollieren mit diesem Joystick. So, dieser Joystick ist jetzt praktisch sozusagen deiner Hand. Deiner Hand Haar! Du musst jetzt nachmachen, was ich... Also, wie gesagt, du musst irgendwie ein bisschen reindenken. Naja, du musst dann nach oben, na! Du weißt doch, das ist der Bereich der Informationen. Mach nach oben, na! Nein! Mach! Nein! Mach! Nein! Sonst werde ich hier Tohuwabu in diesem Bereich machen. Ja, mach mal. So, gerade eben haben wir schon das K810i gesehen. Ja, liebe Freunde. Ich tanze wie ein Steffbär. Und ich habe in den Comments übrigens gesehen. Und für viele, viele Furore sorgt. Und zwar habe ich da vorhin schon ein paar Bilder gezeigt, aber ich möchte noch mehr zeigen. Das war das letzte. This is Santa! Aber es geht noch weiter und das dürfte den Timmy gefallen. Idee! This is S-A-T-A! Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber das finde ich jetzt fast das Beste, was kommt. Das fand Kollege Carsten Groll überhaupt nicht lustig. Ich kann es nicht verstehen. This is Mettwurst! Mettwurst! This is Schwarte! Fand ich absolut grandios. Oder für alle Star Wars Fans. I'm your father! Ich könnte mich da ewig weiter beömmeln. Also, wie gesagt, sehr, sehr feine Sache. Unglaublich lustig. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem Kollegen. Fragen richten und ab in die Kommentare. Tut mir leid. Ich habe noch einen gefunden, den ich unbedingt zeigen muss. Hier, liebe Regie, können wir das abgreifen? This is Dromeda! Herrlich! Oh Mann, ey, diese Seite ist grandios. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin total verwirrt. Zu viel A in meinem Kopf. Wir gehen zum Konsolenbereich. Ich habe schon gesehen, viele von euch wollen noch mehr von Sparta von 300 sehen. Ich habe da noch ein paar Sachen. Ich höre auf euch, mein liebes Community-Volk. Alles, was ihr wollt, ist mein Wunsch. Sozusagen Raiders of the Lost Ark. This is Indiana! Oder hier, this is Mona Lisa! This is MacGyver! This is Potter! This is Power! This is Sparta! This is Regina! Oder hier, this is Sparta! Oder hier, Spider-Man! This is Spider! This is Thriller! This is Vodka! This is Sparta! Sehr, sehr schöne Sachen. This is Vendetta, den finde ich auch gut. Wer kommt drauf? Na, wer kommt drauf? Was stimmt hier nicht? Hahaha! Herrlich! This is Kaka! This is Madness! This is Sparta! Hier auch, mein Name ist Earl. Sehr, sehr schöne Sache. Mein Name ist Earl. Übrigens eine absolut grandiose Serie. This is Jenga, finde ich auch super. Kavotz, die Jenga-Blöcke fliegen. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, gibt viele, viele schöne Sachen zu sehen hier auf dieser Seite. Ich finde sie grandios. Ein absoluter Geheimdipp. Googelt einfach mal nach Sparta. Dann der vierte oder fünfte Link bringt euch zu dieser Seite. So, wo muss ich jetzt hingehen? Erhebt den Arm! Braver Schüttler!